Was geht Leute, mein Name ist René Justin, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spiele ich das erste Mal mit meinem Bruder. Also nicht jemand, den ich immer auf Bruder nenne, sondern er ist tatsächlich mein Bruder und dein Name ist... René! René, ich dachte du sagst jetzt Nibbles. Achso, ja, Nibbles. Ich wollte gerade Nibbles sagen. Ja gut, das ist auch mein Name hier, aber eigentlich René. Also das Ding ist, René ist Model und er ist so wunderschön, dass er sich heute entschieden hat, heute mal keine Cam zu benutzen, weil wir wollen ja nicht, dass ihr von eurer Schönheit geblendet werdet. Genau, ich bin Handmodel. Unterwäschemodel. Handmodel, eventuell zeig ich nächstes Mal meine Hände. Ah ja, geil, geil, sehr geil. Baust du schon Holz ab? Ja. Okay, also René ist ja wie gesagt mein Bruder. Den kennt ihr aber nicht, der kennt nur meinen anderen und zwar Moris, aber René kennt ihr nicht. Bist du älter oder jünger als ich? Älter, aber nicht viel älter. Okay, ja René ist auf jeden Fall älter, ich glaube, du hast, warte, wann hast du Geburtstag? Gestern. Nein, vorgestern. Du hattest vorgestern Geburtstag und ich weiß davon nichts? Ich sag das niemandem. Achso, hä, du sagst niemandem, was du Geburtstag hast? Ja, mich nervt das immer, wenn mir Leute gratulieren. Ich nervt das, wenn die Leute gratulieren? Ja. Wieso nervt dich das? Älter, ja, ich weiß nicht, die sind schon immer komisch. Oh, bist du schüchtern? Ja, also was das angeht schon, dann steht man da und die gratulieren einem und man weiß gar nicht, was man sagen soll außer Danke. Achso, ey, warte mal, bevor du es aufstellst, ist es mal woanders hingehen. Hier, alles Gute Nacht. Das war das Einzige, was du craften kannst, danke. Das und eine Spitzhacke kann ich craften, mehr kann ich nicht craften. Ja, warte, also René, du hast das wie oft gespielt, das Spiel? Also ich glaube, ich bin besser als du, oder? Ja, dann bin ich besser als du. Also es ist wirklich schwer, nicht besser zu sein als ich, also das Schlechte zu sein als ich, aber wenn du so wenig gezockt hast, dann bist du wahrscheinlich schlechter als ich. Ich weiß, dass wenn es Nacht wird, sollte man sich einbuddeln. Mhm, folg mir mal, wir sind gerade im Wald und das Ding ist, wir können hier nicht bleiben, René, weil das ist zu gefährlich, okay? Schneller laufen, ja. Jetzt fühle ich mich voll schlecht, weil ich meine, du wohnst ja eh nicht genau neben mir oder so, aber ich hätte dir auf jeden Fall was geschenkt, wirklich. Nein, 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 das ist wirklich die beste Geschenke. Wie bist du denn geworden? Ich glaube, du bist 26 jetzt, oder? Ja, genau. Alter. Ja, was? Willst du schläger, Alter? Ja, das ist Brofest. Das ist Brofest. Ja, das ist Brofest, genau. Okay, also, ja. Wo bauen wir unser Haus? Ja, deswegen, ich suche gerade eine Stelle irgendwo, wo es nicht so waldmäßig ist, weißt du, was ich meine? Ja, hätte ich auch gesagt. Am Wasser ist eigentlich schön. Ja, ja, genau. So am Meer. Du wohnst am Meer, oder? Ja, ja. Ja, genau. Oh, hier. Oh, schau, zieh das mal rein. Wie geil. Ja, okay, das aber, das ist nur so ein Teich. Aber könnten wir eigentlich auch machen. Gefällt dir das nicht? Doch, aber hier sind so viele Bäume, die müssen wir wegmachen. Achso, ähm, ja, wollen wir weitersuchen? Ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter, wo nicht mehr so viele Bäume sind. Gibt's, das gibt's bestimmt, oder? Nee, ja, ja, klar, das, äh, nee, das gibt's immer. Also, mein Kreuz ist eigentlich noch voller Bäume, und, äh, ja. Mein Gott, kann das hier noch sein. Nee, das Ding ist, wir sind gerade in der Waldgegend. Äh, oh, zieh das mal rein, wow. Okay, weißt du was? Ja, hier ist schon besser. Ja, hier gefällt's dir? Gefällt's dir hier? Ja. Okay, das ist... Hier in der Mitte, auf dieser Insel. Ja, in der Mitte, hier auf dieser Insel, ne? Ja, genau. Ich muss mal kurz meine Nase einziehen, im Moment. Okay. Ah, au! Was willst du eigentlich, hä? Ich hab Hunger überringt. Hast du Hunger? Oh, scheiße. Okay, weißt du was? Ich, ich kümmer mich um dich. Äh, warte, ich mach kurz eine Dings da. Ich platziere die mal hier. Ich hab eine. Nein, du hast mein... Kannst, kann ich bitte mein Holz zurückhaben? Nein. Wie, wie schmeiß ich das raus? Mit Kuh. Du kannst auch einfach das rausziehen, aus dem Inventar. Das ist nämlich mein Holz. Ich hab's die ganze... Ich hab... Ja, das bringt's auf jeden Fall. Ich hab die 64 Holz. Ähm, wir brauchen... Äh, warte, ich mach also ein paar Sticks für uns. Und wir brauchen erstmal, äh, Spitzhaken brauchen wir auf jeden Fall. Äh, weißt du, wenn wir eine Spitze gemacht haben? Schwerz. Du bist übrigens die erste Person, mit der ich Minecraft zocke. Wollte ich nur kurz sagen. Ähm. Ich hab's da gefangen. Hast du eine bekommen? Du hast auch eine bekommen. Nee, du hast meine... Du, jetzt hier, nimm die. Genau. Nee, ich... Ähm, wir müssen... Wir müssen erstmal, äh, Stein bekommen. Ich glaub, wir werden... Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ja, wir müssen uns Tiere suchen, oder? Da hinten sind... Irgendwas ist da. Also, das Ding ist, wir brauchen... Äh, wir brauchen Tiere, ja? Aber hier... Da hinten sind Kühe. Lass mal zu den Kühen gehen. Und das Ding ist, wir brauchen ja auch Stein. Ja, wär gar nicht... Ja, da hinten ist auch Stein. Da sind Kühe und Steine. Okay, dann brauchen wir Stein von Ofen. Wir brauchen... Okay, Kuhle brauchen wir erstmal nicht. Ähm. Und dann können wir Holz holen, ne? Und dann können wir uns was zu essen holen. Ach, da hinten sind Steine. Sehr gut. Ja, genau. Alter, wieso hab ich so einen Hunger jetzt? Da ist auch... Da braucht man eine Insel. Äh, nee, ich meine eine Höhle. Ähm. Ah! Warte, ich mach mal kurz den Minecraft-Sound leiser, weil du bist... Im Gegensatz dazu, äh... Leiser. Ich kann doch lauter sprechen. Äh, nicht die ganze draufhauen so schnell, sondern warte ab, bis du wieder schlägst. Ah, okay. Weil du musst warten, bis diese... Warte, ich mach gesamte Stärke mal runter. So. Du musst warten, bis dieser... Bis dieser Balken dann untergeht. Aber ich meine... Au! Ja, ja, ich weiß nicht. Okay. Ähm, ich geh kurz Stein holen. Ich denke, ich werde über den Sterben, weil... Nein, warum wirst du sterben? Weil ich hab nur noch drei Essen. Ich hab noch, äh, sieben. Aber ich hab ja jetzt Fleisch für uns. Okay. Sehr gut. Oh, wir haben ein neues, äh... Das heißt, wenn du jetzt Stein holst, können wir direkt zurück... Und ich hab... Nee, ich hab keine Kohle, alles gut. Hier sind Fische, kann ich die umbringen? Ich... Ich glaub... Ich weiß nicht, kann man Fisch... Ich glaub, hier Fische kannst du umbringen, aber du kannst die, glaub ich, nicht essen, oder? Dann will ich die auch nicht umbringen. Obwohl, obwohl ich... Doch, du kannst die... Ich weiß nicht, ob du sie essen kannst. Ich hab Fische noch nie gekürzt, wirklich. Äh, ich hol dir jetzt eine Menge Steine. Ähm, hab ich... Ich hab kein Fleisch, leider. Ist hier Kohle irgendwo? Kohle bei mir. Da ist Kohle bei dir? Okay. Ich hab auch noch Holz, das heißt, ich kann hier direkt was aufbauen. Warte, da hinten. Ich geh gleich zu den Schafen da hinten und dann töd ich sie mal. Ich baue uns einen Ofen. Okay, das weißt du, wie ein Ofen geht? Alles voll mit Stein, oder? Äh, nicht alle... Aus einer Mitte. Ja, genau. Ich muss erst mal Stein hacken. Okay. Ja, du bist echt gut. Also, ich glaube, du wärst so einer, wenn du viel Minecraft zocken würdest. Ich glaube, du wärst richtig gut. Ich glaube, du wärst richtig gut, wirklich. Weil... Du brauchst so viel Geduld. Was? Du brauchst so viel Geduld für Minecraft, irgendwie, um alles zu finden und zu bauen. Ja, aber... Und alleine. Macht's so Spaß. Alleine? Macht's keinen Spaß? Alleine Minecraft spielen, ist nicht so spaßig. Ich glaube, das machen die meisten, oder? Aber du bist der erste... Das ist jetzt meine erste Erfahrung mit jemandem... Ich glaube, mit jemandem, den ich online spiele. Was ich meine, so... Erstes Mal mit mir. Ja, ich... Du... Du hast mich entjungfert in der Minecraft, äh, you know. Egal. Ich könnte mal das... Ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab... Ich hab keine Sprinten. Aber ich hab Kohle und wir... Wir müssen nur einen Ofen machen. Ähm, und dann... Oh, das läuft jetzt gar nicht. Aber ist okay. Wir überleben das, oder? Äh, Rene? Am Anfang ist es vielleicht... Wir haben ja noch gar nichts, um ein Haus zu bauen, ne? Ähm... Das heißt, wir könnten uns am Anfang vielleicht einfach hier in die Wand einbauen. Falls es Nacht wird. Ja. Und da überleben. Oder wir bauen uns in die Erde. Das geht auch. Zombie gehört oder so. Ah, weil da... Oh ja, neben mir sind's, glaube ich, böse. Okay, ich komme. Warte. Äh, okay, da bist du. Wir können uns in die... Also, wir können uns entweder nach unten bauen, oder wir können uns in die Wand bauen. Beides geht eigentlich. Äh, ich hab'n Ofen. Okay, sehr gut. Platzier mal den Ofen, bitte, hier. Ähm, äh, ich pack dann... Oder, ja, kannst du Essen reintun? Äh, warte, ich platziere auch... Ich mache auch mal einen einen Ofen, damit wir zwei haben. Wir müssen essen, sonst sterben wir. Äh, ich platziere mal über deinen. Äh, warte. Oh, es wird schon Nacht. Ich werde hier jetzt mal anfangen, ein Loch zu buddeln. Okay, ich platziere jetzt mal hier. Was soll's? Ich hab'n Zombie gehört. Ja, da ist ne Höhle neben uns, deswegen... Äh, genau, äh, buddel da mal rein und ich werde erst mal was essen, weil ich hab' Hunger. Oh, ich klau' mein Steak von dir, ja. Ja, wenn du noch irgendwie ein bisschen Kohle für uns findest... Oh, scheiße, es wird dunkel. Ja, ich hab' hier ein kleines Loch. Wenn du Kohle für uns findest, können wir ne Fackel hier reinbauen. Ich hab' richtig viel Kohle. Ich hab' unnormal viel Kohle. Äh, soll ich die geben? Hier, bitte sehr, ich schmeiß' die Kohle dahin. Da muss ich noch Holz drüber machen. Scheiße, bauen wir mehr rein, bauen wir mehr rein. Wir müssen mehr rein, wir müssen mehr rein. Oh, scheiße. Also, jetzt wird's dunkel. Ich hab' erwähnt, wir haben kein Bett. Ja, aber wir haben, äh, wir haben ne Fackel, äh. Also, hier kommen ja keine Bösen, wenn wir... Das weiß ich. Wenn wir's dunkel machen, kommt nichts Böses. Äh, wenn wir's helfen. Nein, keine Sorge, die Bösengeister, die bleiben weg, wenn du's hell machst. Genau. Okay. Äh, warte mal, wir... Was? Du hast Essen aus dem Ofen genommen. Ja, ich hab' einen, äh, hier, ich geb' dir mal. Äh, das war falsch, das war falsch, sorry, sorry. Äh, hier, das hier. Genau, ja, okay. Das war ein Stück. Hast du, ist da noch was drin? Äh, du hast meine Spitzhacka... Ja, da ist noch was drin, ne? Aber ich würd' nicht rausgehen, weil du wirst sterben, glaub' ich. Warte, ich hol' das ganz schnell. Sicher? Da, ah, okay. Du kannst auch mit Shift einfach draufdrücken, dann geht's schneller, ne? Ah, okay. Ähm, das Problem ist, dass ich... Ich hab' zwar Kohle, aber ich hab' auch Wolle, schwarze Wolle. Eine Wolle hab' ich. Aber ich glaub', wir brauchen noch zwei Betten, wenn man zu zweit spielt, oder? Ich hab' keine Ahnung, ich hab' noch nie ein Bett benutzt hier. Okay. Wird's nicht gleich sowieso wieder tagen? Na, es dauert aber ne Zeit lang. Okay. Wollen wir uns hier ne kleine Basis bauen? Wir können das vergrößern, hier, wo wir sind, ja? Das können wir tun. Dann wird das unsere Anfangsbasis hier. Okay, Anfangsbasis, alles klar. Sehr gut. Das muss uns ja schön gemütlich machen. Ja, aber wir bauen das Haus trotzdem noch, äh, bei... Ja, ja. Ne? Okay. Da brauchen wir ja erstmal Sachen für. Und dann könnten wir ja am Anfang... Das Haus bauen wir ja auf der Insel, die ist ja nicht weit weg. Die ist nicht weit weg, ne? Oh, danke. Alter, du bist voll, ne? Genau, die ist nicht weit weg. Wenn wir hier erstmal so unser Überlebenspunkt machen, wo wir Sachen sammeln, auch so vielleicht in Kisten, dann muss das nicht so hässlich in der Gegend rumstehen, sondern ist hier in der Höhle. Also, René ist halt superintelligent, er ist halt, ähm, ein... Weißt du, du bist hochbegabt, ne? Klar, ja. Ja, genau. Deswegen, ja, ich verzaue ihm auf jeden Fall, wenn er was sagt, dann stimmt das auch meistens, also... Ja. Alter, hörst du die Geräusche? Warte, ich bin neugierig, ich mach das mal kurz auf hier. Ne, ich glaub, das ist hier. Also, wenn ich hier gerade ausge... Oh, das ist ein Minizombi! Oh, scheiße, ich mach... Oh Gott, da ist ein kleiner Minizombi. Ähm... Oh, ist dein Hunger voll? Mein Hunger ist nicht voll, aber ich hab jetzt auch nicht so eine Opfer... Oh, danke. Okay, wir überleben auf jeden Fall die erste Nacht, denke ich. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Hier, der ist direkt auf der Tür, oder? Er ist genau vor uns, glaub ich, ja. Ich mach mal in die Deck. Ja, das sieht ja hier gar nicht schön aus bei uns. Ja, das muss man echt schöner machen. Ja, das Ding ist, weißt du, was ich liebe, wenn man so zweit spielt? So, ich liebe es, dass ich nicht so viel bauen muss. Das ist so... Oh, jetzt kann... Okay, warte, ich kann mir... Oh, ich hab genug Steine, um hier eine Steilspitzsacke zu machen. Ich kann... Die Arbeit wird so geteilt, weil ich mein, das Feier ist so mega, wenn die Arbeit so geteilt wird. Das stimmt, ja. Das ist echt angenehmer. Ja. Ich kann ja auch eine Steilspitzsacke machen. Oh, das geht viel... Die ist viel besser als die Holzspitzsacke. Äh, ich glaub... Wie lange bleibt es dunkel? Ich glaub, es bleibt eine Zeit lang dunkel auf jeden Fall. Ich würd mal gerne mal rausgucken. Ja. Okay, das ist ein blöder Ort. Ah, verdammt, ich hab Angst rauszugucken. Wollen wir erstmal hier alles größer machen, oder wie? Ja, ich würd sagen, wir machen das und wir fangen an, unser Haus direkt zu bauen, wenn's Tag wird. Ne, wenn's Tag wird, würd ich sagen, holen wir uns, äh, Nahrung. Erstmal. Ja, ja, stimmt, ja, ist gute Idee. Gute Idee. Dann bauen wir das Haus. Okay, alles klar. Ich weiß, man kann auch Felder bauen, glaub ich. Felder bauen? Ja, wenn wir irgendwie so Saatgut finden. Du meinst, äh, du meinst, äh, hier, Dingsabumster, äh, Landwirtschaft. Ja, genau. Ja, das kannst du machen, das, das weiß ich, ich weiß, wie's geht. Ich bin ein Pro drin. Ich hab das schon so oft gemacht in Minecraft, das ist... Du wirst gar nicht glauben, wie gut ich bin. Ähm, was? Du hast schon viel Minecraft gespielt? Ja, ja, ich hab schon ziemlich viel Minecraft gespielt, ja. Was? Also, ich hab ja auch momentan ein Projekt jetzt neu begonnen, wo ich alle Fortschritte schaffen will. Ah, okay. Ja, ja, ja. Aber für dieses Projekt haben wir uns einen Server geholt. Äh, das ist mein erster Server, den ich auch gekauft habe, nur für dich. Ich, äh, das war dein Geburt... das Geburtstagsgeschenk. Oh, wie süß. Der Server, ja. Dann dürfen wir nicht sterben. Äh, nein. Sonst finde ich den Punkt hier nie wieder. Oh, hier ist Kohle. Hier ist Kohle, ja. Okay. Ist es noch Nacht? Es ist, ich glaube, es wird... Es sollte bald hell werden, auf jeden Fall. Okay, es ist noch Nacht. Ich glaube, es ist noch Nacht, ja. Wir können ja mal irgendwie... Einfach mal... Wir können ja gleich ein Bett mit uns beschaffen. Warte, ich guck mal, kann ich hier... Ach, verdammt, kann ich hier rausgucken? Ja, ich kann... Okay, hier sehe ich, ob Nacht oder Tag ist. Ähm, es ist noch ziemlich dunkel draußen. Okay. Wir beschaffen uns gleich erstmal ein Bett, damit das unsere einzige Nacht... Ja, ich hab ja auch... Ich hab ja auch schon Wolle. Eine Wolle. Wir brauchen ihn. Weißt du was? Ich hab irgendwie Bock auch rauszugehen, obwohl die ganzen Monster dort sind. Ich komm mit. Ich hab ein Holzschwert. Okay. Also schlagen, wenn... Wenn ich das still... Schlag mal einmal und dann wird es wieder so aufgeladen. Ja, okay. Okay. Wir haben gerade keine Ruhe, aber wir machen es trotzdem. Okay. Let's go, let's go. Lauf, 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 lauf. Okay. Das Ding ist... Okay, das ist gefährlich jetzt, okay? Das ist sehr gefährlich. Warte, komm zu der Spinne, wir töten sie. Das ist die Männer-Herausforderung. Wenn du die Spinne tötest, bist du ein Mann. Attackier sie. Nein, nicht mehr. Okay, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich helfe dir. Yeah. Oh yes, okay. Wir bräuchten eigentlich ein Steinschwert, aber... Ist okay fürs Erste. Genau, platz... Ja, sehr wichtig, sehr gut, sehr gut. Platzier Licht. Ich werde auch noch ein paar Fackeln hier machen. So, sie haben auch ein paar Fackeln. Platzier sie mal hier. Auch nach Wolle suchen. Gibt es nachts auch Schafe? Nachts gibt es auch Schafe, ja. Aber das Ding ist... Es ist gefährlich, okay? Weil hier sind viele Zombies. Pass auf, eine kleine Zombie. Oh mein Gott, pass auf. Pass auf, ich helfe dir. Die sind gar nicht ohne. Oh Gott. Okay, ich hab ihn. Alter, was zum Teufel geschieht hier gerade? Okay, ich hab ihn. Okay, perfekt. Was für eine erste Nacht, ne, Alter? Oh, Skelett. Was? Da oben ist ein Skelett. Äh, okay. Wir sollten uns auch ein Schild machen. Wir brauchen Eisen auf jeden Fall. Nee, geht nicht zum Skelett. Das ist sehr stark. Das Skelett ist mega stark. Dann gehe ich weg. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Schild und Rüstung. Wir haben keine Rüstung. Also mich wundert, dass wir auch noch leben. Ja, hier ist Kohle. Ich nehm Kohle. Ja, nehm Kohle. Ich hab eigentlich genug. Ich hab zwölf gerade. Ich schau mich mal kurz an einem Schaf um, weil wir müssen halt schlafen. Dann können wir einfach die Nächte überspringen. Ey, ich versteck mich so lang vor bösen Sachen. Okay, tu das. Mh, okay. Dahinten sind Creeper, dahinten sind Spinnen. Oh, pass auf, pass auf. Soll ich dir helfen oder kriegst du es alleine hin? In unserer Höhle. Ja, hier sind Creeper. Also, du weißt, was Creeper tun, ja, ne? Klar. Oh mein Gott. Hier sind vier Creeper auf einmal. Ben weg? Nein. Okay. Das ist wie ein Creeper auf einmal. Das ist wie so ein Museum. Creeper-Museum. In unserer Höhle ist ein Creeper. Was? Hilfe. Pass auf, dass er nicht explodiert dort. Wie in unserer Höhle. Da ist ein Tunnel auf einmal. Das? Ja, ich... Da ist auf einmal... Ist da eine Höhle drinnen. Noch eine Höhle in unserer Höhle. Okay. Ich trau mich jetzt nicht rein. Wo? Zeig, 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 zeig. Ich mach das. Das haben wir gebaut. Das waren wir. Nee, nee, nee. Guck mal da rein. Hier runter. Hier. Oh! Nicht angucken, nicht angucken. Was? Oh! Ich hab's von Schock. Pass auf, pass auf. Pass auf, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm her. Nein, nein, lass das auf. Lass das auf. Geh da hinten, geh da hinten. Geh da hinten, geh da hinten. Ja, ich bin hinten. Okay, das Ding ist ein Enderman. Ist drei hoch, okay? Guck auf den Boden. Warte, wo ist er? Er ist sauer, er kommt hierher. Nein. Er kommt gleich hierher. Doch, er ist sauer. Wir haben auch keine Chance. Wir haben ihn angeguckt, deswegen. Ich helfe ihm mir, jetzt hierher zu kommen, okay? Oder wir lassen... Oh, der Creeper explodiert jetzt. Das, 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 ich lass es zu. Okay, ähm... Okay, da ist der Enderman. Wenn er kommt, bleibt er drin, bleibt er drin. Ich kümmer mich um den. Oh mein Gott, das Ding ist... Er teleportiert sich normalerweise hier rein. Was ist hier passiert? Wie, wieso ist hier... Ich weiß es nicht. Okay, warte. Wollen wir nicht einfach dazubauen? Was? Wollen wir dazubauen? Äh, nein, das ist eine geile Höhle. Da gehen wir rein. Okay, machen wir. Aber das Ding ist, der Enderman muss sterben und ich komm nicht runter. Warte, ich baue mich mal ein runter. Oh, scheiße. Jetzt wieder ein Tag. Okay, ähm... Du tötest dich. Ja, ich will ihn ja töten, aber ich weiß das nicht, wie. Ja, ich suche uns erst mal, äh... Oh mein Gott. Er will sich auch nicht hierher teleportieren. Das ist so komisch. Oh nein, hier... Es ist doch schon hell. Warum tötet er mich noch nicht? Okay, er bringt mich. Oh mein Gott, wir müssen ihn töten. Scheiße, ich brauch deine Hilfe. Ich komm zurück. Okay, ähm, warte. Oh mein Gott, was tue ich jetzt? Komm schon. Oh ja, ich kann von dir erwischen. Komm schon, ich kann nicht runtergehen. Oh mein Gott. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So, so. Und jetzt, wo ist er? Oh nein, ich hab vergiftetes Fleisch gegessen. Oh, er teleportiert sich jetzt. Oh scheiße, hast du den Enderman angeguckt? Ich hab vergiftetes Fleisch gegessen. Das ist, das ist blöd. Hast du normales Fleisch? Er hat sich weg teleportiert, okay. Ähm, ich habe kein normales Fleisch. Okay, warte, komm mal her. Er kommt her, er teleportiert sich. Er ist da hinten. Ist das der? Er attackiert uns gleich. Es könnte sein, dass ich sterben werde. Nein, es ist mitten am Tag. Der lässt uns doch jetzt in Ruhe, oder? Hä, wieso ist die Höhle aber? Ne, der lässt uns nicht in Ruhe. Der sollt uns jetzt erst essen suchen. Okay. Gott, ich hab so Schiss, Alter. Ja, ich auch. Ich hab Schiss, okay. Ich hab Schiss. Du sollst mich beschützen. Ja, ich hab... Ach, da unten sind Kühe. Wo, wo, wo? Kühe, ja, ich dachte dir mal. Wollen wir jetzt umschauen? Oder, warte, da hinten sind Pferde, sehe ich. Das Ding ist, ich hab Angst, dass... Also, bist du gut im herausfinden, wo wir uns befinden? Also, ist deine... Nein, okay, ich nehme mich auch nicht. Ich, ähm... Aber auch da sind auch Frauen. Ich würd sagen, wenn wir Schafe haben, sodass wir uns ein Bett bauen können. Ja. Und wenn wir Essen haben ein bisschen, dann fangen wir an, uns das Haus zu bauen. Weil dann haben wir Betten und können das Haus in Ruhe bauen. Weißt du was, du hast eine gute Idee. Ich respektiere das, was du sagst. Sehr gut. Ich hätte es auch nichts anderes. Du bist eine respektable Person und lass dir nie was anderes sagen von irgendwem. Sehr freundliche Meinung. Okay. Ich brauche... Wir brauchen Schafe, dann müssen wir das mit der Nacht nicht mehr machen, das Ding. Aber es sieht nicht gut aus, weil ich sehe keine Schafe. Ah doch, da ist ein Schaf. Yeah. Okay, wir sind... Keine Elements, alles. Okay, also bei diesem Berg dort. Siehst du den Berg, wenn du weiter weg bist? Ja. Da ist eigentlich... Einfach nur zu Hause, bei diesem Berg. Okay. Ja, ich hab jetzt jetzt Fleisch geholt ein bisschen. Okay. Ich, äh, tue dir jetzt ein Schaf. Noch eins, zwei Kühe. Okay. Wenn ich... Dann komm ich gleich zurück. Okay. Aber verlass mich nicht. Okay, haben wir... Warte, hab ich zwei Wolle? Nee, ach, scheiße. Okay, also unser nächstes Ziel sollte jetzt mal sein, erstmal genug Essen zu bekommen. Und... Oh, ich hab grad gelegt. Äh, und dann... Warte, ist das ein Schaf. Und dann müssen wir Eis... Oh, da bist du ja. Hi. Ähm, dann müssen wir auf jeden Fall Eisen bekommen. Das ist wichtig. Das kriegen wir aus der Höhne, oder? Eisen kriegst du aus den Höhlen, ja. Also dahinten... Oh, hier sind viele Schafe. Warte, ich tue die alle. Weil dadurch bekommen wir viel Fleisch. Und wir können uns zwei Betten machen. Die Frage ist nur, willst du weg von mir schlafen oder neben mir? Neben dir natürlich. Hallo. Okay, sehr gut. Du wärst der Erste, der sagt, ich will weiter weg von dir schlafen, deswegen. Ja, du wärst der Erste. Äh, oh, Alter, ich lag gerade voll. Ja, aber jetzt geht's wieder. Okay. Ist es... Warte, jetzt... Äh, es geht nicht. Ich versuch die Schafe zu attackieren, aber es passiert nichts. Äh, Schaaf? Hallo? Okay, es geht nicht. Hallo? Bist du da? Ja, ich bin da. Okay, bei mir geht gerade irgendwie nichts. Ich kann irgendwie... Blöcke kann ich zerstören, aber Schafe kann ich nicht töten. Das ist jetzt gerade sehr blöd. Oh, jetzt geht's. Oh. Glaube ich, oder? Okay, ich... Ähm... Okay, jetzt, okay. Ja, der Empfang ist, äh, der für die Vermittlung ist anscheinend vom Server nicht so perfekt, ne? Kann das Schafe bitte sterben? So, nice. Das ist gut. Wieder bei unserer Höhle. Was? Wieder bei unserer Höhle. Okay, ich komme auch gleich. Ich hab viel, ich hab viel Fleisch. Ich hab... Ich kann Betten machen. Äh, wir brauchen Holz. Wir müssen deswegen eine Axt machen. Ja. Okay. So, erstmal will ich hier an den Ofen Fleisch braten. Das ist eine gute Idee. Ich hab... Ich hab zehn Fleisch. Und ich kann nicht so wenig sprinten, weil ich zu viel Hunger habe. Dann habe ich hier Steaks, um eine Axt zu machen. Sehr gut, sehr gut. Du kannst auch gucken, wie man Sachen herstellt. Oder du fragst einfach mich. Ich bin... Ich weiß eigentlich, wie man Sachen herstellt in Minecraft. Hier ist ein Craft-Buch. Das weiß ich, was? Hier ist so ein Craft-Buch, wo man so Sachen sehen kann. Äh, okay. Dieses Buch. So ein Rezeptbuch. Äh, interessant. Also wenn... Wenn ich auf EG, ist da so ein Buch unter Handwerk. Ja, warte, ich komme mal nach oben. Ja. Ich bin gleich da. Keine Sorge. Ich weiß, du fühlst dich einsam ohne mich. Aber ich bin gleich da. Ja, ich bin gleich da. Die bösen Sachen an unserer Höhle. Okay, äh, warte, wo war unser Zuhause nochmal? Ich hab... Ich bin verlo... Ach, nee, warte. Ich glaube, ich bin verloren. Nee, nee. Ach, da bist du ja. Ah, da bist du. Ich hab unser Haus gefunden, okay. Oh, ich dachte schon, ich wäre verloren. Ja, ich muss auch Essen machen, weil ich verhungere gleich. Ich mach jetzt zehn Fleisch rein, ja? Oh, nice. Alter, das ist auch ziemlich viel. Ich mach mal mein Fleisch jetzt rein. Okay. Okay, das ist gut. Wie überleben. Nee, hast du nicht. Okay. Sehr gut. Okay. Und dann würde ich sagen, wir werden... Ah, ja, genau. Ich erstelle kurz eine... Hab ich... Oh, ich hab Holz. Ich erstelle jetzt kurz eine Axt. Und dann werde ich kurz ein paar... Bisschen Holz holen. Ich auch. Das wird auf jeden Fall wichtig sein. Und dann könnten wir eigentlich auch schon anfangen, langsam unser Haus zu bauen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in eine Höhle und holen erstmal Rüstung, oder? Ja, okay. Also, ich weiß es nicht zu 100%, aber... Wir machen, ja. Da musst du mir einfach mal vertrauen. Wenn wir immer schlafen, dann kann uns ja nichts töten, oder? Äh, ja, ja. Doch, eigentlich schon. Wenn wir in eine Höhle gehen, dann gibt es ja trotzdem Zombies. Ups. Okay. Ich mach erstmal ein Bett für uns. Ich mach erstmal zwei Betten, okay? Ich platziere sie auch nebeneinander, okay? Okay, wir werden nebeneinander schlafen. Okay, ich hab zwei romantische... Oh, okay. Warte, unter uns die Höhle. Wo soll ich das Bett platzieren? Äh, ja, hier ne. Hier ne. Okay, ähm, kannst du das mal zubauen hier? Genau. Das ist so romantisches Licht. Okay, warte, ich mach das mal weg. Okay, dann platziere ich hier ein Bett und hier ein Bett. Okay, warte. So, und dann... Okay, perfekt. Das gefällt mir, das gefällt mir. Wie genau? Ich erstelle kurz eine Tür, so. Auch wenn wir hier zwar nicht bleiben, aber... Was? Bist du untergefallen? Ja. Okay, ich werde jetzt mal kurz eine Tür hier erstellen. So, jetzt hab ich eine Tür erstellt, okay? So, okay, perfekt. Äh, ja, wir kommen langsam jetzt voran. Am Anfang war es ein bisschen, äh, schwer, aber jetzt geht's. Ja, wir, wir leben vor allem noch. Es ist noch keiner gestorben. Ja, dank dir, weil du der Beste bist. Ja, ich bin... Ne, ich bin einfach mal weggerannt. Ne, du bist der Beste. Du bist der Allerbeste. Lass dir nie was anderes sagen. Ich hab gelaggt. Du bist der Wegrenner. Also, ich will meinen Fisch töten, um zu gucken, ob man jetzt essen kann oder nicht. Weil ich hab keine Ahnung. Äh, ah ne, ich kann keine Tiere töten, weil es laggt ja und... Oh mein Gott, was geschieht da gerade? Gibt es immer noch? Ja, oh, jetzt geht's, glaube ich. Der Server ist so broken irgendwie, you know? Vielleicht abends, weil so viele Leute spielen oder so. Ich weiß es nicht. Denkst du? Ah. Also, ich kenn mich mit Server nicht aus. Ich hab einfach irgendeinen Server gewählt aus irgendeiner Webseite, die populär ist, aber ich hab keine Ahnung von Servern, welche lag, welche nicht lag. Ich auch nicht. Äh. Keine Ahnung. Hä? Ich bekomme nicht mal das Holz, was ich abbaue. Oh. Hä? Der Baum ist... Ich kenn gerade auch nicht. Okay. Der Baum, der geht nicht kaputt. Der geht zwar kaputt, aber dann doch nicht. Dann hat der Server gerade Probleme, ja. Der Server hat Probleme, ja. Das ist, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Dann sollten wir, wenn der keine Probleme hat, weitermachen. Vielleicht. Okay, warte. Ja, okay. Okay, das ist okay. Den Deal nehme ich an. Den Deal nehme ich an. Äh, ja, ich bekomme die Sachen nicht. Leider. Okay, dann machen wir uns kurz. Lass uns mal kurz zu Hause treffen, okay? Warte kurz. Äh, oh mein Gott. Ich, 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 die Frage ist, komme ich überhaupt nach Hause? Wo bist du? Warte, ich, ich komme nach Hause. Ja, Senpai? Ja. Oh mein Gott, ich, ich komme nicht nach Hause. Ich komme nicht nach Hause, weil ich die ganze Zeit zurücklege. Ich hole dich. Wo bist du denn? Ich, ich, ich komme. Oh mein Gott. Ich bin, ich bin auf dem Weg. Ich bin da, ich bin da. Oh mein Gott. Ich schaffe es, ich schaffe es. Ich bin da. Ich komme. Okay. Ja, wir werden beim nächsten weitermachen. Also, wieso sehr habe ich schon eigentlich so... Oh mein Gott. Ich war gerade neben dir. Okay. Wir machen mal. Äh, ja, das war es für die Folge. Wenn ihr eine neue Folge sehen wollt, mit uns beiden, lasst dann oben da. Abonniert kostenlos. Du hast ja noch keinen YouTube-Kanal. Genau, du hast noch keinen YouTube-Kanal. Aber, vielleicht erstellt er auch seinen YouTube-Kanal. Also, ähm, das wäre natürlich ziemlich episch. Also, ja. Für mehr davon lasst du mal rum. Abonniert kostenlos, aktiviert, locker, falls du abonniert hast. Und bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal.